So dolle, Bastelzeit und ja, ich glaube ihr alle kennt dieses elende Leid, USB-Kabel. Meistens findet man keine und wenn man welche findet, äh, wie ist denn das hier, das ist relativ dünn, das könnte bei irgendeinem Gadget dabei gewesen sein und die sind qualitativ teilweise schwierig, ja, da kann es dann schon mal passieren, dass zum Beispiel nur die Stromleitung belegt ist, man keine Datenleitung drin hat, es kann natürlich passieren, dass sie kaputt gegangen sind oder bei USB-C, da hatte ich auch schon mal den Fall, da funktioniert es nur in eine Richtung, aber wenn man es um 180 Grad dreht und reinsteckt, ja, nö, dann klappt es nicht mehr, also eventuell will man sowas testen und es gibt da diverse mehr oder weniger gut funktionierende Tester, einen davon habe ich mir jetzt hier gekauft, äh, hauptsächlich weil er günstig war und ich den einfach mitbestellt habe und ich würde sagen, wir gucken mal, was das Ding leisten kann, was es nicht leisten kann und wie es funktioniert. Ja, wie wir sehen, das ist der Mechanic DT3 und das Ganze bezeichnet sich selber als Data Cable Detection Board, also nicht als irgendeine Form von Kabel-Tester, sondern wirklich nur ein Detection Board und ich schätze, das sehen wir gleich auch in der Technik. Kommt hier in so einer wunderschönen Verpackung, also da hat man sich Mühe gegeben, ich hoffe, der Rest ist genauso und rauszuholen hier. Da haben wir das Ganze, so sieht es aus und viel ist ehrlich gesagt nicht drauf. Wir haben hier wirklich ein paar LEDs, ein paar Widerstände an der Seite und jede Menge USB-Buchsen, das war's. Rückseite gar nichts, also, äh, ja, viel macht das nicht. Was wir hier nämlich haben, das ist einmal ein Power-In, da muss man per USB-C Strom drauf geben, dass das Ding hier klappt. Dann haben wir hier oben die Ausgänge, nenne ich sie mal, Typ A und Typ C und hier unten haben wir die Eingänge, Micro-USB, USB-C und Lightning. Was man jetzt macht, ist, im Prinzip, wenn wir jetzt hier so ein Kabel haben, was wir messen wollen, das stecken wir einmal hier oben im Ausgang ein, in dem Fall hier USB-A, stecken das hier unten ein, das ist ein Typ C und wie wir sehen, passiert nichts, wir auch, weil wir noch keinen Strom, äh, habe ich hier irgendwo noch ein USB-C-Kabel, lasst mal schauen, nehmen wir dieses, äh, ähnlich professionell aussehende, also Power-In, das Ganze an eine Stromversorgung hier anklemmen und dann haben wir das hier. Und das ist doch schon direkt ein perfektes Beispiel. Ja, wir haben leuchtende LEDs und zwar haben wir leuchtende LED für Ground und leuchtende LED für VCC und die restlichen sind aus, das heißt, das Kabel hier, was ich jetzt gerade angeklemmt habe, das ist ein reines Strom-, also Ladekabel, wie sie es so gerne nennen. Das heißt, hier sind nur die Leitungen für die Stromversorgung belegt, die Datenleitungen sind gar nicht angeschlossen. Und genau dafür sind diese LEDs halt da, wir haben eine für Ground, eine für VCC, das heißt also die beiden Stromleitungen, wir haben eine D-D-Plus für die USB 2.0 Datenleitungen und wir haben eine CC, wobei ich da mal einen Stern dabei mache, das ist die Kontrollleitung für USB-C, das heißt also bei einem USB-C auf C-Kabel müsste die zusätzlich angehen. Das zeigt uns aber auch schon so ein bisschen, was wir da eventuell nicht testen können. Wir haben zum Beispiel absolut nichts dabei, um was anderes als USB 2.0 zu testen. USB 1.0 und 2, ja, die zwei Datenleitungen, aber USB 3.0 zum Beispiel, da haben wir noch viel mehr Datenleitungen, die werden hiermit gar nicht getestet. Genauso andere Pins, bei USB-C haben wir noch viel mehr Anschlüsse, die auch andere Dinge machen können, zum Beispiel sowas wie die ganzen Alternate-Modes, das heißt, kann ein Kabel zum Beispiel Displays ansteuern, Displayport oder sowas. Das wird hier alles nicht gemessen, aber zumindest mal für einen schnellen Blick ist es okay. Wir wissen jetzt, das hier ist ein reines Ladekabel. Jetzt können wir mal das andere hier einmal quer tauschen, sind ja vom Anschluss her identisch. Dann schauen wir einfach mal, was das für ein Kabel ist. Das weiß ich, kam auch von einer Taschenlampe, das heißt, sehr gut möglich, dass das auch ein reines Kabel ist für Stromversorgung und keine Daten. Und was bekommen wir? Ja, es ist auch ein reines Kabel, nur für Stromversorgung. Gut, ja, ich denke mal, die Funktion sollte damit klar sein. Und ich habe die Befürchtung, wenn wir nachgucken, ist das, was wir da drauf haben, jetzt auch nicht so viel komplizierter. Aber selbstverständlich gucken wir uns das an. Wir wollen ja wissen, was hat man gebaut, was hat man sich dabei gedacht und was kann man eventuell besser machen, wenn man sich selber hier so ein Board bauen möchte. Heißt, ich lege mal meine ganzen Lade-Only-Kabel auf Seite und erspere gerade unter mir sogar noch irgendein, was ist das, ein Micro-USB-Kabel, dann können wir das mal dran machen, weil ich glaube, das hat tatsächlich Datenleitungen. Dann sehen wir die auch mal in Aktion. Aber, wie schon gesagt, das hier ist technisch sehr einfach, nicht viel drin. Spiegelt sich halt auch im Preis wieder. Ich glaube, wenn ich richtig im Kopf habe, war das hier 2-3 Euro oder sowas. Und ja, hier sehen wir es jetzt auch. Alle vier leuchten, nur CC leuchtet nicht, was bei Kabeln vor USB-C auch korrekt ist. Von daher, jo, funktioniert. Also, jetzt aber rüber zum Rechner. Ja, und viel sozusagen gibt es da nicht. Da steckt nicht wirklich irgendwas an Technik dahinter. Wir haben entsprechend hier unseren Eingang. Das ist entsprechend die Buchse, die reinkommt, die USB-C Stromversorgung. Da ist nur Ground und V-Bus angeschlossen. Das heißt, wir haben auch die CC-Pins nicht. Die müssten es, glaube ich, sein, die eigentlich mit 5,1 Kiloohm gegen Ground sollten. Das heißt also, das Ding hier lässt sich nur mit USB-A auf C Kabeln wahrscheinlich benutzen. Alles, was so USB-C auf C ist oder USB-C Ladegeräte, die dürften da Probleme bekommen, einfach, weil dir diese Identifikation fehlt. Von da aus geht die Betriebsspannung, die 5 Volt, die da rauspurzeln sollten, direkt auf die LEDs, fünf Stück. Und die sind dann auf die einzelnen Pins hier von den entsprechenden Buchsen dargelegt. Das heißt also einmal den USB-C, einmal den Micro-B und einmal die Lightning-Buchse. Die andere Seite, die kommt dann zurück. Entsprechend, wenn man das Kabel einsteckt, geht es auf die beiden Buchsen, USB-C oder USB-A. Und die gehen dann jeweils auch parallel geschaltet auf eine Batterie von Widerständen und die gehen gegen Ground. Das war's. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, um zu erzählen, warum das keine gute Idee ist. Fangen wir erstmal damit an, was man erkennen kann, was nicht. Naja, man kann erkennen, dass alle Pins oder alle Leitungen vermutlich Kontakt haben. Stern. Zum einen, man kann bei USB-C nur die USB-2-Leitungen testen. Das heißt, alles was USB-3 ist, alles was Alternate-Modes ist, das ist schon mal außen vor. Geht nicht. Das zweite ist, naja, wenn irgendwo im Kabel ein Kurzschluss drin ist, ist ja weiterhin alles verbunden. Würde man nicht erkennen. Genauso, wenn der Kabelhersteller kreativ war und im Kabel irgendwie die Pins vertauscht wurden. Das heißt also zum Beispiel irgendwie wir stecken ein und dann kommt hier ja VCC, die 5 Volt raus und auf der anderen Seite kommt es auf Ground zurück. Kein Problem. Leuchtet weiterhin. Das heißt also, sehr viele von den Kabelfehlern, selbst die einfachen, können wir nicht erkennen. Und wir reden hier wirklich nur von der Wiremap, also dass die Eingänge an der richtigen Stelle am Ausgang wieder zurückkommen. Da haben wir noch nicht von irgendwelchen komplexeren Themen geredet, wie Übersprechen, Dämpfung, was auch immer. Das wird alles erst recht nicht berücksichtigt mit so einer einfachen Schaltung hier. Ach und eins, was man auch noch machen könnte, naja, wir haben hier die LEDs, die gehen raus. Wir haben die Widerstände, die gehen raus. Hier ist nicht wirklich was dazwischen. Es wäre wahrscheinlich keine schlechte Idee gewesen, hier irgendeine Form von ESD-Schutz reinzubringen. Sei es irgendwie nochmal ein Serienwiderstand nach draußen hier bei den LEDs. Sei es vielleicht sogar ein richtiges Konzept mit irgendwelchen TVS-Dioden, also speziellen Dioden, die für Überspannungsschutz da sind. Aber irgendwas hätte ich mir dann doch hier gewünscht. Vor allen Dingen, naja, stellt euch mal vor, hier klemmt einer wirklich mal ein Gerät oder sowas an. Dann haben wir plötzlich irgendwie hier eine direkte Verbindung Richtung Ground im Zweifelsfall. Und ich könnte mir vorstellen, dass man dadurch falsches Einstecken alleine schon die LEDs hier grillen kann und das Ding dann kaputt ist. Also, wie könnte man das Ganze besser machen? Naja, das Erste, was ich machen würde, ist einen Mikrocontroller hier reinmachen. Und dann die Pins hier nacheinander an- und ausschalten, sodass man da zumindest LEDs hat, die irgendwie hintereinander leuchten. Das heißt, man kann schon mal erkennen, wenn da etwas nicht in der richtigen Reihenfolge ist oder plötzlich mehrere bei einem Test leuchten. Das wäre schon mal relativ einfach und sehen wir mal realistisch. Ein Mikrocontroller kostet jetzt nicht so viel. Sicher ist es teurer als hier ein paar LEDs und Widerstände. Aber ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass ein Mikrocontroller in vielen Fällen ein einfacher, günstiger ist als die Buchsen, die hier drauf sind. Also, das hätte man eventuell machen können. Und wenn wir einen Mikrocontroller haben und er genügend Pins hat, hey, klemmt doch die USB-3-Leitung von USB-C an. Wie gesagt, hier haben wir jetzt nur die USB-2-Leitung. Das heißt also, wenn wir ein Kabel haben, wo die USB-3-Leitungen kaputt sind, kann man hier nicht feststellen. Wie gesagt, wir reden hier von Materialkosten von sehr wenig. Das ist im Vergleich zu dem Rest hier ein sehr überschaubarer Aufpreis, aber dafür schon mal ein gutes Schritt hoch. Auch einfach, weil man sehr viele Fehler in der Verkabelung auf jeden Fall erkennen kann. Wie gesagt, ein Profitester, der sieht natürlich komplett anders aus. Da haben wir dann, wie Sie gesagt, die ganzen Dämpfungsparameter und so weiter. Das liegt dann aber im Zweifelsfall auch eher so im Bereich vom Kleinwagen. Also, da kann man sehr teure Sachen mitmachen. Ja, allgemein, ich bin von dem Ding nicht wirklich überzeugt. Also, ja, es ist ein Tester. Ja, er zeigt Dinge an. Aber, ja, ein bisschen mehr hätte es sein können. Und wir reden halt hier von Dingen, die wirklich vom Materialkosten her noch überschaubar gewesen wären. Und das hier ist jetzt kein Ding, was wenig verkauft wird. Von daher, selbst wenn man da die Softwareentwicklung noch bezahlen müsste, was jetzt nicht so kompliziert aussieht auf den ersten Blick, ich glaube, das hätte man sehr schnell rauskriegen können. Und ehrlich gesagt, das Ding hat mich auch so sehr genervt, dass ich mich tatsächlich da einen Abend hingesetzt habe und mal auf die Schnelle was mit einem Mikrocontroller zusammengefrickelt habe. Auch mit ein paar USB-Buchsen, Eingang, Ausgang. Ich habe noch HDMI dabei gemacht, weil HDMI-Kabel, die nicht funktionieren, habe ich gerne mal. Ich bin mal gespannt, ob das am Ende funktioniert, weil das war halt wirklich so ein Abend und ich habe keine Lust und ich schmeiße das jetzt einfach mal drauf und lasse den Autorouter da die meiste Arbeit machen. Mal gucken, das Board ist aktuell in Produktion. Wenn es hier ankommt, werden wir mit Sicherheit noch ein kleines Video haben, wie wir das Ding löten. Dann gucken wir mal, ob wir das besser hinkriegen. Und der hier, überzeugend ist er nicht, auch wenn er zumindest grob das tut, was er soll.